ladies and knights der tafelrunde seid gegrüßt es geht nahtlos weiter mit der mission die schwarze festung also endgame content ich bin noch immer wieder fasziniert von diesem schönen bodennebel aber ich glaube wir sind von hier kommen auf die map das dm genau wir sind hier durchgekommen haben das lagerfeuer benutzt so eine art rundweg hier und hier hatten wir ein schermützel und hier ist das nächste lagerfeuer das heißt wir könnten mal schauen ja was links und rechts ist aber wir müssen nicht unbedingt jeden kampf mitnehmen sagen wir mal so waren wir denn hier schon glauben schon das ist ein baumstamm kommen wir gar nicht durch ah ok dann müssen wir hier sogar lang hier ist ein holzstapel trigger und wir haben hier drei zivilisten anscheinend neues ziel rette die gefangenen drei von drei lebendig also diese drei händler bzw dorfbewohner das könnte sich aber als ein bisschen schwieriger weisen denn die haben diese formurien tier menschen und die sind verdammt schnell und haben auch so ranzi angriffe mit ihren waffen also sie können was ich hier hier sich jemand schnappen und ranziehen ja also wenn wir das irgendwie schaffen wollen müssen wir auf der stelle ja hier was blocken ich würde sagen gar nicht mehr so simpel also dann müssen wir uns wirklich voll hier auf diese auf diesen engpass konzentrieren und auch hier wie gesagt das könnte sehr schwierig werden mit diesen formurien herbst brut und winter brut und das ist auch noch einer von denen und crossbow man haben wir auch noch okay wozu hier so ein nebelbringer die können gegner vereisen ok wie gehen wir vor lasst uns doch mal überlegen also müssen die zivilisten schützen mal ganz davon abgesehen die gegner zu besiegen natürlich und unser fehlen ritt ist ja wie gesagt angeschlagen durch mein etwas optimistisches verhalten der ersten schlacht da habe ich den ja voll ins getümmel geschickt aber das war dann doch ein bisschen zu heftig ja mein fehler er muss ins hospital sogar mein lieblings fehlen ritter so wie machen wir das denn dann knifflig könnte es werden diese drei zu retten also merlin und der vielen retter die können ja teleporten jeden dritten zug wir könnten ein punkus ist das nur wir können wir könnten einen eissturm verursachen der geht auch relativ weit wir können vielleicht sogar noch ein bisschen nach vorne und so die gegner schon mal ein bisschen verlangsamen und schädigen die neuen felder bis hierhin okay ist gut dann dürfen wir gleich so ein herbstblut freak mit einbeziehen eissturm okay oder hierhin aber der macht mir ehrlich gesagt sorgen hier und der auch ich glaube die können alle gegner ran ziehen und der auch aber der ist ja noch weiter weg von den zivilisten damit der jockey dann kriegt der den eissturm vor die nase gesetzt okay ich hoffe das hilft ein wenig dann hätten wir noch ein verlangsamungs bahn auch neuen reichweite wir könnten ja wir könnten sogar noch drei aktionen machen die sinnvoll sein könnten wir könnten und hier hin porten zum schutz der zivilisten hoffentlich wird ja nicht herangezogen der ähm feenritter das könnte natürlich ein bisschen aua machen aber gut wenn wir sie retten wollen no risk no fun okay dann muss er aber auf jeden fall sein eischild aktivieren denn wenn er herangezogen wird dann wird es hässlich kostet ja nur ein punkt und wir könnten dann den verlangsamungs bahn auf diesen sprechen oh da ist ja noch einer uah okay okay nicht schlecht i hope und drei punkte zurücklegen so dann können wir was kann merlin denn machen also hier ist ja auch noch einer aber ich denke wir sollten hm 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 ja oder moment ach da haben wir noch einen zauberer ja oder wir hm wie kriegen wir den platt hier ja der hat ja gar nicht so viel rüstung aber der hier ja zerstört nämlich sechs rüstungen das wäre hier fast schon so ein bisschen verschwendung allerdings ist der natürlich auch relativ gefährlich wegen der ranziehsache aber gut ne okay wir machen hier den rüstungsquash auf den hier oder den der ist noch näher ran ne komme ich nicht hin okay dann haben wir hier dann haben wir hier ne ne der ist zu weit weg ein bild zauber können wir den killen ne können wir den killen ne das gleiche in grün hier von der von den schadenswerten blitz ah knifflig ich denke wir gehen auf den hier weil die sind für die zivilisten am gefährlichsten momentan vielleicht können wir Sir Pallas den oder Merlin den wegputzen genau Merlin wir haben ja noch Merlin okay jetzt machen wir erstmal mit Sir Pallas einen ja was machen wir ich versuche erstmal mit Merlin wir haben ja noch eine Schriftrolle sehe ich gerade Donnerschlag oh nicht schlecht der ist benommen das ist gut und Merlin kann den killen ja oder den aus weg ist es weg wir können den auch ein bisschen zurücksetzen oder Merlin geht noch ein bisschen hin und bläst den zurück weil der ist ja glaube ich so ein bisschen wenn man das wüsste oder wir machen fallender Stern können wir den killen genau da können wir ziemlich viel Schaden machen ok den können wir ganz killen Moment wenn ich mit Merlin der kann ja auch alle 3 zuge porten hier hin porte ich hoffe es ist nicht zu nah ah fallender Stern geht nicht mehr aber gut wir können ihn zurückpusten killen ja ist auch ok vielleicht vielleicht sogar noch einen Schritt zurück gehen weil das ist mir doch ein bisschen gefährlich hier vorne für Merlin ja das würde wohl bedacht sein wenn wir die alle retten wollen für King in Country Sir Palace du könntest ich erstmal umdrehen und ja Schutz wirken der geht automatisch in den Wachtmodus ich glaube das ist gerade gar nicht so notwendig an der Stelle aber ich könnte hier den Zorn auf mich ziehen mit Spott äh Umkreis 5 Felder 1,2,3,4,5 es lohnt sich auch nicht nur wenn ich mich hier hinstellen würde dann würde ich fast sagen ich gehe hier hin 1,2 mache Wacht ob das mal aufgeht oder Spott ich glaube Spott ist besser dann kriege ich zumindest hier glaube ich diese drei Angriffe auf mich also auf Sir Palace hoff ich ja ja genau ok dann machen wir noch Overwatch Merlin hat noch ein Pünktchen zum Mund zurücklegen und das war's mal gucken ob es aufgeht der Zauberer was macht der? ok Blitz ok ok Achtung Bogenschütze ok nichts besonderes zurückgeworfen ah er geht auf den Zivilisten nein ja wenn wir den retten wollen müssen wir den Ritter killen oh und da kommt noch so ein Herbstboot-Typ und der Eisritter Nebelritter dann haben wir noch hier so Blitzzonen ok ganz schön knifflig der schwebt in Lebensgefahr hier Merlin ist in der Blitzzone der muss da raus du denkst ich nicht kämpfen? du müsstest quasi ja wann läuft denn der Zivilist weg? also wir müssen die beiden hier at once killen Moment wir haben ja noch umnebelt das heißt er greift den nächststehenden Verbündeten an ich glaube der Ritter könnte das machen ja das ist eine gute Idee also der müsste auf jeden Fall den Formoria hinter sich angreifen ist er denn erst resistent? ne ich glaube er macht es er ist nämlich hier so umnebelt für eine Runde nur klar das könnte ein bisschen helfen ähm und Merlin muss außerdem aus der Gewitterzone und er müsste noch hier vielleicht eine Attrappe hinsetzen ähm hmmm Attrappe also Sir Palace kann ja einiges ab das ist glaube ich hier nicht dramatisch und der Zivilist der darf nicht oh da ist noch ein Bogenschütze genau da machen wir noch eine Attrappe das glaube ich gerade oh wichtiger vielleicht hier als Ablenkung genau also er greift ja seinen Verbündeten an das heißt nicht die Attrappe das wäre ein Feind ja wenn er das machen würde dann finde ich es blöd ok mal gucken ob der Plan aufgeht interessant zumindest ok kriegen wir diese wir sind Dorfbewohner gerettet weil wenn er noch einen Schlag abbekommen von dem Ritter dann war es das ok zu Mordred wie sieht es aus bei dir du musst aus der Gewitterzone ähm du könntest herangezogen werden von dem es sei denn du tötest den aber ich glaube das ähm Kettenblitz Reichweite 4 hm ne ne da müsste ich hier hin weil ich muss ja eh raus so Kettenblitz auf die Feinde einen noch einen noch shit liegen Punkte übergeblieben das ist blöd oder ich mach noch ein ne es geht nicht das ist der hinter so ein Schildbash ne dann mach ich hier noch ähm ich dreh mich um ach ich bin ja gar nicht mehr dran zur Palace ist dran shit ich krieg einen Rückenschuss ok weil ich hab ja noch genügend Rüstung dann mach ich jetzt Schutz mehr Rüstungspunkte temporär und ja ich mach auf jeden Fall hier den Kill ach kann ich nicht mehr ich bin ja im Overwatch Modus aber gut alles klar passt schon Merlin was kannst du noch? Pünktchen zurücklegen der Feenritter wir haben ja noch den Feenritter und wir werden ihn benutzen Hä was macht man denn mit dir? ich könnte noch einen Eisturm entfesseln oder macht nicht viel Schaden hier aber ich könnte den killen ja so und ich bleibe und ich mach einen Eisturm auf wie weit geht das? äh geht nicht? warum nicht? warum nicht? äh warum nicht? doch hier hier ging es nur hier? ist ein bisschen nah dran an meinem an meinen eigenen ne ich glaube nicht ok das war's sehr gut ausgewichen ach er greift doch den Feen und da hm noch leben die Dorfbewohner noch ach das ist ja auch noch einer shit ok ja trappe sehr gut nein das war's einer gekillt ich hoffe es reicht ein na genau er zieht ihn ran ist sehr schwer die zu retten vielleicht können wir wenigstens einen retten ja ist doch ganz schön tough hier das ganze aber wie gesagt ist ja auch Endgame so jetzt machen wir hier kurz einen Prozess oder auch nicht Rüstung zerdeppern der ist nämlich ganz schön tough hier wenn ich da hin crushen ne von da noch nicht ne Gelegensangriff killen ne wenn ich da hin killen ich glaube nicht boah da bleiben drei Punkte über der ist ein bisschen dangerous hier der Freak na gut die sind alle dangerous so den kann ich killen den kann ich nicht killen doch kann ich killen drei Angriffe dann mach ich mal Spott ok Merlin du musst mal was machen und zwar ok ok wir wollen natürlich nicht unseren Feenritter beschädigen deswegen packen wir den erst weg der Teleport und du könntest dich mal um die Bogenschützen kümmern äh Crossbowman Bist ja noch geschützt ja und vielleicht mal den hier killen kannst du den killen cool Rückenstich und du kannst noch einen Eisturm verzapfen ja da ist ja noch einer aber gut wenn wir es können man kann Leere beschwören gut und nicht schlecht so was haben wir denn noch genau wir wollten ja Merlin benutzen mit würde ihn ein bisschen zurück pusten hm wieso nicht den Eisritter hä das ist immun gegen Feuer aber der Zauberer nicht aber der Zauberer nicht sehr schön er ist benommen ok ok nicht schlecht ok nicht schlecht so das war's mir geht nicht einen haben sie getötet einen haben sie getötet ha ok kein Thema kein Thema unverwundbar unverwundbar retten Unverwundbarkeitsmodus Eisritter oh 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 Vorsicht Vorsicht ok ja schade dass sie den eingekillt haben war gut fähigen Ritter fähigen Ritter fähigen Ritter reicht nicht reicht nicht reicht nicht zerp... palace Nebelbringer wow 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 wenn man den killt dann vereist man danach also erst den ok Schutz und oh tschüss ähm hier komme ich nicht hin dann drehen wir uns so etwas war's ne Merlin 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 wichtig so du pustest mal den Ritter hier zurück oh und so wenig nur ok und stellt sich mal schützend hier hin das war's eh er brutzelt noch haha Eissturm aha oh Merlin wurde umgeschmissen oh verdammt oh krass dass der Merlin so oh er rinnt weg zum Glück ok jetzt müssen wir ganz schön aufpassen hier auf Merlin der muss wahrscheinlich weg porten oh kann ich ihn umschmeißen nee erstmal muss mehr den weg porten verdammt 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 zum Glück hat er keine Verletzung Donnerschlag Heiltrank ok wohin weg vom Ritter Illusion für den Crossbowman oder Moment oder für den Ritter vielleicht sogar noch wichtiger ja und Nebelritter du musst ihn killen hier auf jeden Fall äh Feenritter Schild aktivieren schon Lebenspunkte verloren aus der Gewitterzone ne porten vielleicht sogar noch besser vielleicht sogar noch besser ähm ähm den kann nichts mehr machen Lebensraub ja gut da kann ja nicht viel passieren Famous Last Words Mordred Mordred Gewitterzone mhm 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 da hinten ist ja noch der Bogenschütze mhm da hinten ist ja noch der Bogenschützer So ist der Palace. Er kriegt den Gelegenheitsangriff? Ja, kriegt er. Also ist anders als bei D&D, da kann man ja im Bereich bleiben, aber wenn man sich hier so auch nur ein Feld bewegt, kriegt man sofort einen Gelegenheitsangriff in der Kontrollzone. Macht allerdings nichts, finde ich. Ah, war eigentlich Quatsch. Bin ich noch weg? Ja, ok. Gar nicht mehr so schlecht. Nee, das war's. So, was passiert? Bitter? Äh, er haut ab. Nichts. Illusion. Kein Ding. Joa, ich denke, gar nicht mehr übel. So, jetzt machen wir die Färde hier, die Kerlchen. Was macht denn das hier? Ach, hier wär noch... Ach nee, das geht ja nicht. Ach, wegen dem Baumstamm. Dann komm ich halt vorbei. So. Was hier mit dem Ritter? Ich glaube, den musst du ja Palace mal fertig machen hier. Geht das? Quatsch. Quatsch. Oh nein. Das hab ich hier... Oh, ich wollte doch Shield Bash machen verklickt, aber gut. Kein Ding. Kein Ding. Hm. Merlin? Ach, ich bin nicht in der Schusslinie. So. Ähm. Ich überleg gerade, wenn ich hier hingehe... Ich bin nicht in der Schusslinie. Hm. Ne, ist auch Quatsch. Ach, sei das kein Thema. Wir machen das schon. So, Treppe. Öh. Bringt er auch. Äh. Geht nicht? Ach, umnebelt. Bringt er auch nichts mehr? Nee. Ja, das war's. Den Rest macht der Feenritter. Bringt er auch nichts mehr? So, was können wir noch? Nicht viel. Brenn. Wo willst du denn hin? Okay. Hinter der Truhe hat er sich versteckt. Wahnsinn. So, den Ritter. Oh Mann. Vielleicht nicht. Ja, endlich. Feenritter haben wir einen vergessen? Nee. Dann brauchen wir jetzt noch hier den blöden Magier beseitigen. Womit denn? Mit Recht. Mit Recht. Mit Recht. So, Erlin. Ähm, machen wir mal so einen schönen Feuerdrachen. Auch wenn es ein bisschen überpowered ist. Was macht Spaß? Lass ihn brennen. Und? Tschüss. Tja, einen haben sie gekillt. Schade. Ich glaube, das zählt dann nicht. Danke, dass wir uns schützen, gute Nights. Ja, doch. Was geht dir vor? Wir haben uns aus unserer Stadt gekillt, um den Red Knight zu servieren. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nie mehr Waffen in meinem Leben in der Welt vertreten habe. Einfache Bauern als Soldaten? Warum das? Von was ich gehört habe, der Red Knight ist wirklich verrückt. Er töte seine eigenen Männer und der Rest in Terror fliegt. Wie ich höre, ist der Rote Ritter dem Wahnsinn heimgefallen. Er tötet seine eigenen Männer und der Rest ist in Panik geflohen. Nun gut, es steht euch frei zu gehen. Okay, dann haben wir noch eine Truhe. Ja, gibt ja glaube ich auch Autosave nach der Schlacht. So, was gibt es denn hier? Siegel vielleicht der Rüstung? Hööö. Ein Smaragd, ein Edelstein. Schon besser. Also wir sind von hier gekommen. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Da ist das Lagerfeuer. Ähm, das heißt wir müssen, wir gucken mal in die Ecke und dann gehen wir mal hier durch. Äh. Da ist noch was. Genau, das ist die Ecke. Schriftrolle und Gold. So, und dann müssen wir, ja hier durch. Da waren wir noch nicht. Oder? Das ist der Baumstamm, genau. Den haben wir umgegangen jetzt. Okay. Safe. Also ich denke, wenn wir da reingehen, kriegen wir da einen Kampf getriggert, oder? Schätzungsweise schon. Ah, ja, da sind sie. Okay, vielleicht sollten wir erstmal die Stelle aussuchen mit dem Lagerfeuer. Vielleicht können wir das ja besser managen dann. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall einen Kampf. Und man kann ihn ja schon vorher sehen. Hier muss irgendwo das Feuer sein. Da. Da hinten. Hier rum. Kriegen wir auch einen Kampf? Ah. Ah. Da ist hier nur mein Kopf herausgeflutscht. Oder doch nicht? Okay, wir wollten eh ne Pause machen. Wollten die Folge nicht zu lang machen. So, was haben wir denn hier noch? Eine Brücke. Und da kriegen wir wahrscheinlich den nächsten Kampf. Aber wir haben ja das Feuer. Und ich denke, wir machen auf jeden Fall... Wir sind da hier noch relativ fit, finde ich. Sollten wir uns das Feuerchen aufsparen noch? Also da kriegen wir einen Kampf. Hier ist das Feuer. Vielleicht sollten wir... Hier nochmal gucken. Da ist Loot, aber es könnte natürlich auch ne Falle sein. Seht. Ja, okay. Sehen. Schifthrolle. Wir gehen zum Feuer zurück. Stellen unsere Rüstung wieder her. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wir wollen ja noch den Dämonenkönig besiegen. Ähm... Ja, machen wir mal. Rüstungen. Wir wollen. was war das wir kriegen jetzt ein umziehungskampf weil wir das lagerfeuer benutzt haben was haben wir die russung ist gar nicht hergestellt doch okay wir kriegen einen umziehungskampf beim lagerfeuer surprise surprise aber das machen wir in der nächsten folge natürlich das könnte ein bisschen dauern das sind wieder diese cd anziele wer weiß das schon genau okay dann bleibt dran bis zur nächsten folge von die schwarze festung besiege den dämon könig